Jetzt wird es auch noch zu regnen. Für die Schiedsrichter gibt es je einen DWE-Regionali, das uns sagt, mit einem 30-Kundenschein von der Europäischen Wert von 50 Euro und auch einer Auswahl an Werbe geschenkt. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Ihr seid kein Verlierer, ihr seid zweiter. Ihr habt eine starke Pokalssaison gespielt. Ihr habt dafür vor, alles in der Hand in der Oberliga, in die Oberliga zu kommen. Geht das da, in den letzten Spielen. Und ich denke auch mal, dass es mit 05-Fans jetzt einen größten Applaus für euch gibt. Platz 2, der Team ist für Essinger. Ein großer Applaus. Ja, der Team ist für Essinger. Wir haben so gut gekocht. Wir nehmen hier einen 30-Kundenschein für alle. Ein herzlichen Applaus für Leute. Dafür oder damit könnt ihr sich für euch eine schöne Saisonabschlusswahl machen. Und hoffentlich, wie gesagt, wir drücken euch alle die Daumen. Habt ihr dann auch richtig was zu feiern. Erinnert euch heute noch. Tutzt den Mund ab. Und dann geht's weiter. Wir drücken euch alle die Daumen. Wir drücken euch jetzt eine Stadt. Wir drücken euch zusammen. Wir drücken euch jetzt das Die Daumen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt warten wir auf den Moment, der bei Kiesmann ja immer, der schönste ist, dann endlich, wenn es den Pokal geht. Ja, wie gesagt, der Einer bei Kiesmann ist das mal in der siebten Pokalziel. Also das ist natürlich auch ein absoluter Rekommenspunkt, der heute mit mir zu feiern. So, noch treibende Teilchen, wer hat ihn erreicht, von David Felsin, von der Leveredio und von Harald Müller und von der Lundbergischen Fußballverband. Und jetzt zeigen wir uns die Einladung richtig auf den Medien, der Felsin, der 233-40, der 1-6-2-0-18, der 2-5-14-Fußball. So, noch treibende Teilchen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020